L'Alpe d'Huez, lors de son premier Tour de France et l'année dernière, il portait le maillot jaune de premier au classement général, Franck Schleck. L'Alpe d'Huez, Etappensieger sur les routes du Tour de France et formidable Wainkeur de Liège-Bastogne-Lège 2009, Andy Schleck. Lüttich-Bastogne-Lüttich hat er in diesem Jahr gewonnen. Andy Schleck war schon Zweiter beim Giro d'Italia. Carlos Sastre, der Vorjahressieger der Rundfahrt, am Begleiten und direkt im Anschluss an diese heutige Übertragung, an die Teamvorstellung, gibt es ein Live-Interview exklusiv bei Eurosport. Wir haben uns mit ihm im Hotel. Zeitvermeister ist er in Spanien am letzten Wochenende geworden. Im Einzelzeitfahren war er dort der schnellste. Selbstbewusstsein. Wie ist die Gefühlslage jetzt? Ja, nee, also diese Zuversicht aus diesen Jahren, die habe ich nicht, das ist klar. Das ist ganz normal, wenn man vier Jahre nicht dabei war. Aber ich bin extrem aufgeregt und ganz im Ernst, ich bin auch verdammt nervös. Aber wenn erst mal Samstagnachmittag da ist, dann bin ich begeistert, dabei zu sein und dann geht es los für drei Wochen. Dann werden wir allen Teamen alles geben. Das Wichtigste ist, dass wir dieses Rennen hier gewinnen. Toll, wieder hier zu sein und was für ein grandioser Platz, um die Tour zu starten. Dieses Comeback ist ein langes Abenteuer und es scheint, jetzt geht es erst richtig los. Naja, da war schon einiges bis zu dem Tag hier, was passiert ist. Aber das hier, die Tour ist das Juwelen des Radsports. Überall auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten ist das hier, das Rennen, das die Leute interessiert. Aber hier steckt eine Menge Arbeit drin, Menge Training, Menge andere Rennen, Menge Planung. Was ich letztes Jahr gemacht habe, war ich so glücklich. Ich bin glücklich, dass ich hier wieder sein kann. Andy Schleck kigger mod Stjernerne. Eksperter peger på ham som ein af Tourens allerstörste favoritter. Wir haben gesehen, dass er Liesch-Baston-Liesch-Baston-Liesch. Das ist ein großartig, und ich sehe ihn auf dem Podium des Tour de France. Den 24-jährige Luxemburg-Rytter ved gut, dass Presse hviler auf hans smale skulder. Und das Presse hat er es ziemlich ödemärkert mit. Presse hat er gut, der motiverer dich und ich habe viele Leute hinter mir, die betyder auf mich. Ich will nicht zufrieden auf jemanden, aber ich werde bereit sein. På holdet er Andy Schleck und Storbror Frank Schleck uanskildelige. De er sammen konstant, und Storbror kann lide, was er, dass 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 er. honoriert er, dass er, dass er, dass er, dass er, betyder wir zwei Bröder. Hast du